Ich kreuz Sie in dem Nome, Jesus Christus, und ich wünsche dir in deinem Gottes Segen. Gute Frage lese ich Trömer, Kapitel 5, 12, 3, 4, wo das so sein wird. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt bis zum Gesetz, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht zugerechnet. Doch herrschte der Tod von Adam an bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Adam, hei wir in dieser Phase, er wurde in dieser Phase aus Oberhaupt, er wurde aus einem Stellvertreter für all die Gesäunen, die im Olden Testament der Schöpfung der Hirn deuten. Christus wurde aus der Oberhaupt von all die Gesäunen der Tränie der Schöpfung der Hirn. Ein Haupthandel für alle, die am unterstunden. Wenn ein Präsident in einem Land ein Gesetz unterschrieben wird, dann ist das für alle jältig, die in dem Land wohnen werden. Dort passiert auch in Adam sinnvoll. Abgrund von seiner Sinn kommen die dort in der Welt zu alle Menschen. Die dort, die kommen alle nur kommen von Adam, weil sie alle in Adam gesündigt hatten. Natürlich ist das auch recht, dass sie alle bestimmte einzelne Sünden geduhen haben. Aber du haben das hier nicht. Das geht, Paulus, hier du haben, dass der Sinn Adam, der heute eine stellvertretende Handlung wird. Und Gott, Adam, seine ganze Notkommenschaft so unendet, als wenn sie gerade, dass sie alle mehr am Haupt gesündigt haben. Man muss hier vielleicht einmal denken, na, wo läuft einfach hier? Da wird auch einfach, dass das erste Sinn wird. Ja, das wird so. Aber Adam wird hier diese Funktion als ein Haupt, ehe wird er zu der Verantwortung getragen, als stellvertretend, als sie nur kommen. Wenn der Apostel Paulus hier sagt, dass der Tod in alle Menschen durchgedrungen ist, dann bezieht sich dort auf den leiblichen Tod, in der jetzliche Tod. Also alle Menschen haben gesündigt und sind dort durch die Karte gekommen wie Gott. Wenn wir in diesem Schreffausschnitt betrachten, dann komme ich ein paar Freunden für die. Es vertrag, dass Adam seine Notkommenschaft bloß, wenn er aus Sünder auch gesündigt worden will, Adam gesündigt hat. Verurteilt Gott die Menschen dafür, dass sie aus Sündern mit einem sinnhaften Wesen geboren sind, oder bloß für die Sünden, die sie wirklich getan haben? Wenn Menschen mit einem sinnhaften Wesen geboren werden, dann wird Gott danach verantwortlich merken, was sie getan haben. Die erste einmaliert die Bibel, dass alle Menschen Sünder sind, sowohl in ihrem Wesen, als auch von ihrem praktischen Verhöhlen her. Jeder, der von menschlichen Ältern geboren ist, wo auf Adam seine Sünd, entsündigt auch noch seinen eigenen Wellen rührt. Zweitens wird wieder auch der Lohn von der Sünde tot ist, der leibliche Tod, aber auch der ewige Tränung von Gott. China macht diese Strophe der Sünde liegen. Bitte hält er sich diesen weich, und dort ist die wichtigste Tatsache. Am einen hüben Priester toll und schreibt Gott seinen Sehen, der mit heute als Stellvertreter für den Sünder starben soll, der Erläusung von den Sünden ihren Lohn, der wird uns völlig unverdäunt aus dem Geschenk, der sich dem Glaube und aus dem Heiligen Jesus Christus angeboten. Der Mensch wird abgrund von drei Tatsachen verurteilt. Er hat ein sündhaftes Wesen, weil er in Adam Sünde teuregnen wird. Er ist ein Sünder, der sich praktisch verhöhlen. Doch sein schlimmster Sinn ist die Auflehnung von der Ratung, dass Gott vor allem geduht hat. Die haben das drei Achtchen. Man kann sich vielleicht fragen, und wo es da mit drei Jahren geht, wird niemals das Erfängerlehrung gelegt haben. Dort haben wir in dem ersten Kapitel das genommen, wo wir dort sagen, dass Gott sie dort doch in ihrer Horten wissen, und sie haben dann bloß nicht die Ehe gelegt aus Gott. Kein Mensch kann sagen, er kann dort niemals gewischt, weil in jeder Mensch ist die Ewigkeit im Horten geleicht. Paulus wies dann nicht, dass ich dieses Sinn Adams auf das ganze Menschengeschleicht aus der Welt habe. Er stahlte ich einmal rüht dort den Sinn vom Sündenvoll Adam, bat um die Satz, dort dem Volk Israel, ab dem Burg Sinai, je fort in der Welt, wir. Doch während dieser Zeit kauft der Töhn eindeutig die Satz Gottes. Adam hat mündlich ein dieeliches Gebot von dem Herrn die Tränen. In viele Jahrhunderte Luther kauft Gott entdeckte die Gebote, eine besondere schriftliche Überbringung von dem göttlichen Satz. Doch in der Zwischenzeit hat die Menschen ein Gesatz von Gott, und wir haben gehofft, die die Zeit zwar Sinn, doch eine Übertretung, weil Übertretung der Verletzung ein bekommendes Gesatz bedient hat. Sinn überwört nicht aus Übertretung teuerregend, wenn er nicht ein Gesatz ist, dass er verboten hat. Doch der Tod verbrach sie ein anheilvolles Wort, auch während dem Erden Testament, in dem der Töhn Gesatz kauft, mit der eine Ausnahme von Henach, du wir, herrscht der Tod über die ganze Menschheit. Man kann nicht sagen, dass diese Menschen starben, weil sie ein einziges Gebot Gottes übertreten haben, dass Adam dort gedauert hat. Worum starben sie dann? Der Antwort ist hier, nennen die Nomen, sie sterben, weil sie in Adam gesündigt haben. Wenn dort Eierach schien, dann sollen wir uns auch erinnern, dass er nichts mit der Ratung zu tun hat. Oder die an den Herrn Jesus gläuhen, sind für ewig ihr Rat. Doch trotzdem müssen wir schärblich sterben. Und der Grund für den Tod wird der Sinn Adams. Er Oberhaupt, in seiner Rolle, als Oberhaupt, wird Adam ein Bild oder ein Symbol von der Zukunft, der heute von dem Herrn Jesus Christus. In der nächsten Phase wird Paulus das Thema wieder behaupten. Aber wir können hier einmal sagen, wenn wir noch zu beten, Lieber Herr Jesus, danke, dass du auf diese Idee gekommen bist und dass du die Hand gegebt hast für uns sündige Menschen. Danke, dass in dir die ewige Ratung ist für alle Menschen. Kragst du aus derch Adam alle Menschen unja die Sinn stehnen, so stehnen auch die Menschen unja die, derch der Blut auf Golgatha unja die frie Wohl, dass sie dann geratet wurden. Und jeder einer kann kommen und kann das eigene Leben erlangen. Danke, der Verheil Jesus. Amen. Gott ist sehen für diesen Tag.